in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr unendlich die minigun vom helikopterschützen einsetzen können und somit ganz easy in high rounds kommt um zu leveln oder um kaugummis zu farmen und das ding macht sogar die mega scheuße in sekunden platt und wie das ganze funktioniert zeige ich euch jetzt und zwar müsst ihr hier das easter egg so weit spielen so dass ihr nur noch mit dem generator interagieren braucht um in den boss fight zu kommen falls ihr nicht wisst wie das easter egg hier funktioniert ich habe unten in der video beschreibung und oben rechts im video noch mal ein video verlinkt wo ich das erkläre für all die dies noch nicht wissen und für alle anderen kommt bis zu diesem schritt und jetzt müsst ihr in diesem packer punch raum eine komplette runde überleben ich habe in der wille 14 den letzten zombie getötet und bin jetzt in der wille 15 und diese muss ich komplett hier drin überleben also rein theoretisch bis runde 16 ich habe noch mal eine runde länger gemacht damit ich meine waffen punchen kann wenn ihr dann die runde überlebt habt leute müsst ihr auf einstellungen das spiel speichern und beenden danach geht ihr wieder ins gespeicherte spiel rein und startet den boss fight indem wir eine komplette runde vorher schon hier drin überlebt hatten und das spiel gespeichert und beendet haben und wieder neu reingekommen sind können wir nun jetzt auch im boss fight den helikopterschützen einsetzen ihr spielt jetzt so lange bis der mega scheuße kommt den schießt ihr download und sobald der down ist aktiviert euren helikopterschützen dann werdet ihr sehen dass sie im helikopter seit und danach kommt auch schon die easter egg cutscene und diese cutscene könnt ihr auch überspringen die müsst ihr euch nicht anschauen und wenn ihr die übersprungen habt dann müsst ihr auf weiterspielen statt verlassen und danach spawnt wieder oben am spawn auf dem dach und wenn ihr jetzt durch eure waffen scrollt dann werdet ihr sehen dass ihr drei waffen in der hand hat also drei waffen slots habt und eine davon ist dann der helikopterschütze bzw die minigun wenn jetzt damit rumschießt leute werdet ihr sehen dass ihr irgendwann keine muni mehr hat bzw nicht mehr schießen könnt darum müsst ihr noch das kaugummi gratis munition mitnehmen und aktivieren und wenn ihr das aktiviert auch wenn es danach abläuft habt ihr komplett das ganze spiel über unendlich munition mit dem helikopter und wie ihr seht dauert das nur ein paar sekunden bis der mega scheuße auch down ist und ihr könnt jetzt so lange spielen wie ihr wollt wenn ihr die minigun gerade in der hand habt könnt ihr euch nicht mehr bewegen darum stellt euch am besten in eine ecke wo ihr die zombies alle von vorne seht und so dass ihr euch nicht von hinten angreifen können das war es dann mit dem video leute ich hoffe ich habe das video gefallen falls ja lasst doch ein like und schreiben die kommentare und falls du noch kein abo bei mir erst kannst du das an dieser stelle gerne ändern und die glocke aktivieren damit du nichts mehr verpasst und immer auf den neuesten stand bleibt danke fürs zu sehen und bis zum nächsten video ciao